Herzlich willkommen bei Schunk Carbon Technology in Bad Kreuzern, einem der größten Arbeitgeber im inneren Salzkammergut. Hier im Salzkammergut entwickeln und produzieren wir Kohlebürsten für Elektromotoren und Systeme für Elektroautos. Ebenso Kohlenstoffleisten für Stromabnehmer von Schienenfahrzeugen. Diese fertigen wir zuverlässig, effizient und liefern höchste Qualität. Ein Fahrzeugleben lang. Weltweit. Für unsere Kunden ist die Kulturhauptstadt insofern interessant, da wir Business mit Kultur verbinden können. Kommen Sie zu uns und bauen Sie auf Schunk als Partner. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017